Pull, 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 Billard Pull, 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 Billard Schwarzbier und Ruder Rüdiger und Heribert Rüdiger und Heribert Komm, sieh mal dran! Hallo, ich bin Rüdiger Schwarzbier und ich zeig euch heute den klassischen Gürtler. Falls ihr keinen Pullstock habt, könnt ihr dafür auch einen einfachen Billardstock verwenden. Der Pullstock, vielleicht darf ich euch mal kurz und auch gleich in Rüdiger. Was ist der Pullstock? Schatze, ja. Ihr könnt auch einen klassischen Billardstock verwenden. Ihr füllt ihn einfach durch eure Gürtellaschen durch und dann könnt ihr damit auch schon anfangen. Ungefähr einen dritten zur linken, zwei dritten zur rechten. So, da ist nun Pull und nicht Push heißt. Es ist natürlich verboten, damit irgendwas zu drücken. Nein, ihr müsst ziehen. Aus diesem Grund steht ihr mit der linken Arschseite auch zum Brett hin. Ich demonstriere das einmal ungefähr so. Und dann mit der rechten Hand hier den richtigen Winkel. Und der Rest kommt eigentlich nicht mehr aus der Hüfte. Das kann man nur, wenn man wirklich lange übt. Aber ich drücke euch die Daumen. Und wir unterstützen euch ja mit unseren neuen Videos. Und dann investiert euer Geld einfach im guten Stock. Das ist ja nicht so teuer, der Pullstock. Damit kann man natürlich noch viel mehr machen. Den könnt ihr auch hier bei Schwarzbierzubehör kaufen. Der link ist hier. Einfach draufklicken. Natürlich nicht vergessen. Abonnieren, liken, kommentieren. Wir freuen uns auf euer Feedback. Fragt uns was, wir antworten nicht. Ich bin... scheiße. Ich bin scheiße.